Wir basteln viel, dann gemeinsam Brotzeiten, spielen natürlich. Die Kinder, die Kinder sind Bombe. Ich liebe es hier in meiner Tätigkeit einfach, dass ich meine eigenen Bedürfnisse mit hier einbringen kann. Ich mache ein FSJ hier und ich habe mich dazu entschieden, weil ich auf jeden Fall was später mit Kindern machen wollte. Also ich war früher eben in einem Bereich tätig, wo jeden Tag das Gleiche war. Und jetzt ist wirklich jeden Tag irgendwas Neues. Und immer noch glücklich. Freude zu sehen, die sie dann wiedergeben, das war so mein Ding auf jeden Fall. Ja, manchmal ist es Spiel, manchmal ist es halt Arbeit. Aber ja, das Spielen an sich, das macht durchaus Spaß.